Wir Höffi-Azubis aus ganz Deutschland übernehmen Höffner in Berlin am Sonntag den 9.12. in der Landsberger Allee. Mit tollen Sonderaktionen und vielen Vorteilen. Von 13 bis 18 Uhr bei Höffner in der Landsberger Allee. Und bringt eure Hunde mit. Denn ob Pfiffi, Schnuffel oder Brutus, auch Vierbeiner sind bei Höffner erlaubt. Also schnüffelt mal rein. Wir freuen uns auf euch.